Hi, ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Freitag, Freitag ist Newszeit und heute gibt es einen großen bunten Strauß verschiedenster Sachen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, zu Beginn wie immer in eigener Sache. Am 22. das ist nächste Woche Samstag, startet die Charity-Auktion. Da habe ich ja schon kurz drauf hingewiesen. Es sind gut 140 Spiele, wahrscheinlich noch ein Tick mehr, zustande gekommen. Ich bin gerade ordentlich am sortieren, so dass eben auch interessante Bundle da entstehen. Ich weiß auch jetzt wohin es geht, nämlich zum Spenden-Shuttle nach Ahrweiler. Da wird die Hilfe dann auch eins zu eins vor Ort ankommen. Also das wird das Ziel sein. Genaueres dann in der nächsten Woche, wenn ich was zu Charity-Auktion sage. Die Vorschau auf die Frühjahrsneuheiten ist auch vorangeschritten. Board Game Circus, Schmidt-Spiele und Drei Hasen in der Abendsonne sind mittlerweile online gegangen. Da könnt ihr gerne auf dem Blog nochmal nachschauen. Ich werde aber wahrscheinlich auch nochmal zu den Frühjahrsneuheiten ja was Gesondertes machen. Und die Kolumne ging um das Thema Übernahme der Spiel durch die Spielwarenmesse. Da werde ich gleich auch in den News nochmal kurz ein paar Sätze zu sagen. Und die gehen jetzt direkt los. Ja, das war eine große Aufregung, dass eben die Spielwarenmesse bekannt gegeben hat und auch die Spiel, dass sie die Internationale Spiel gekauft hat. Also das heißt am Ende den März Verlag. Es wird sich allerdings nichts verändern. Die Geschäftsführerin bleibt weiterhin die Dominik Metzler. Und auch in der Ausrichtung der Spiel soll sich nichts verändern. Ich konnte inzwischen mal mit ihr telefonieren und sprechen. Also von daher werden wir jetzt erstmal so dramatisch Neues nicht erwarten. Das heißt, die Spiel soll es in gewohnter Form weitergehen. Das vielleicht als Beruhigung für den einen oder anderen von euch, der da jetzt vielleicht schon irgendwo in Anführungszeichen Schlimmeres befürchtet hat. Ich vermute mal, hinter den Kulissen wird es da sicherlich ein paar Möglichkeiten geben, auch die Spiel weiterzuentwickeln und ich sag mal so ein paar Symbiosen dort zu setzen. Zwischen der Spielwarenmesse und der Spiel, insbesondere was die Aussteller dort angeht. Aber das werden wir dann alles irgendwo erfahren. Aber es wird am Ende im Kern eine Brettspielmesse bleiben und da können wir uns auch weiter darauf freuen. In 22 im Oktober geht es dann ja heute in Essen weiter. Nicht starten wird die Toy Fair in New York. Die ist abgesagt worden. Ich erwarte irgendwo noch was für die Spielwarenmesse. Keine Ahnung, wie es da weitergehen wird. Ich von meiner Seite aus werde nicht vor Ort sein. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Es macht für mich wenig Sinn, da jetzt auch nicht mehr so dramatisch viele Verlage vor Ort sind, da tatsächlich hinzugehen. Ich werde aber euch über verschiedenste Presse-Events, die stattfinden, in digitaler Form eben halt unterrichten, was die Neuheiten angeht. Also ihr seid da bestens informiert hier. Auf Board Game Arena ist jetzt Tapestry von Stonemaier Games ebenfalls spielbar. Also da habt ihr die Möglichkeit, das Spiel dann auch digital zu spielen. Ich habe es noch nicht gemacht, werde es aber definitiv machen, denn ich denke mal, die digitale Umsetzung sollte dem Spiel ganz gut tun. Und bei Board Game Arena gibt es mittlerweile doch wirklich ein paar ganz coole Spiele. Glow habe ich jetzt kürzlich dort ausprobiert. Hat wunderbar funktioniert. Ja, also von daher habt ihr, wer es noch nicht gespielt hat, hier die Möglichkeit. Dann gehen wir weiter zum Crowdfunding. Das Crowdfunding läuft weiterhin erstmal so ein Stück weit auf Sparflamme. Es sind noch nicht so wahnsinnig viele neue Projekte am Start. Ich versuche ja immer hier erstmal über die neueren Projekte oder die, die jetzt in Kürze starten, zu berichten. Beast, was sich ja für diese Woche angekündigt hat, hat sich auf nächste Woche verschoben, wird also dann erst in der Spiele-Schmiede in der nächsten Kalenderwoche starten. Da sind noch so ein paar, ja, finale Sachen zu klären. AEG hat für Rolling Heights eine Kickstarter-Kampagne im Februar angekündigt und drei neue Projekte sind auf Kickstarter an den Start gegangen. Das ist zum einen Saurier, ein Überlebensspiel auf einer Insel. Mit Sauriern, was wir eben halt durchführen können. Zum zweiten ist gestartet Wiscounts mit zwei neuen Erweiterungen, nämlich Gates of Gold und Keeper of the Keys. Was aber im Moment nur auf Englisch standort verfügbar ist. Der Schwerkraft Verlag ist ja bei diesen Kickstarter-Projekten von Garfield Games nicht mit dabei. Nimmt dann aber in der Regel die Lokalisierung im Nachgang mit. Wer das Ganze auf Englisch haben will, dort gibt es auch einen Big Bundle mit allen Erweiterungen der Trilogie von West Kingdom. Das könnt ihr dort eben halt aber dann nur auf Englisch erwerben. Was davon dann am Ende final auf Deutsch übersetzt wird, weiß ich aktuell nicht. Da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Und final, dann die letzte Meldung im Bereich Crowdfunding. Yucatan ist von Matago gestartet. Das ist ein sehr düsteres Spiel rund um die Maya-Kultur. Yucatan sagt es ja, hier müssen wir ja gegeneinander in die Schlacht ziehen. Und mit den Gefangenen wird nicht gerade zimperlich umgegangen, wie es zur damaligen Zeit eben halt auch war. Die werden geopfert, den Gottheiten. Und so versucht man in Summe eben sein Gebiet zu verbreitern, Ruhm zu erlangen etc. Also es ist nicht ganz so das zart beseitete Spiel, aber sehr aufwendig gemacht mit sehr vielen Miniaturen und einem schönen Spielbrett. Einfach mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Events gibt es erfahrungsgemäß eben halt weniger. Über zwei habe ich ja eben schon gesprochen. Was wohl im Moment noch angesetzt ist, ist das Spielwochenende in Kalkar. Ja, darüber hatte die Carina ja schon mal unlängst berichtet, also vom Event in 2021. Das findet vom 11. bis 13. März statt. Unter anderem gibt es dort auch ein Skellig-Turnier, wo ihr teilnehmen könnt. Was gibt es sonst noch? Für die Brettspielbar gibt es eine neue Folge morgen. Da berichten wir über drei Spieleindrücke. Und ja, das war es erstmal soweit von den News. Jetzt geht es noch in den Ticker, mit ein paar Neuheiten zu spielen. Ich wünsche euch da auch weiterhin gute Unterhaltung. Nun, im Ticker, nachdem es in der letzten Woche sehr, sehr voll war mit ganz vielen Neuheiten, da mussten wohl einige Verlage richtig viel dann auf den Markt schmeißen, ist es jetzt etwas überschaubarer. Ja, wir haben sieben Neuheiten, die ich zumindest ankündigen kann. Unter anderem wird es für Tang Garden eine große Erweiterung geben. Seasons heißt die. Thunder Grive wird dazu morgen am Samstag einiges mehr bekannt geben, aber zumindest ist das Cover schon mal angekündigt. Und Blue Orange fängt auch an, in das Frühjahrsprogramm schon mal ein erstes Licht hineinzuwerfen. Da gibt es unter anderem Museum Suspect, ein Bluffspiel von Phil Walker Harding, wo es halt auch darum geht, eben halt Diebstähle auszuführen. Und mit Next Station London wird ein Flip-and-Ride-Spiel herauskommen, wo wir, wie der Name schon sagt, in London eben halt ein Liniennetz aufbauen müssen. Die Idee ist zumindest jetzt nicht ganz so neu, gibt es schon von so ein paar anderen Spielen. Mal gucken, was die hier anders machen. Pearl Games, darüber habe ich auch schon mal kurz berichtet. Hier gibt es jetzt ein Cover. Ich habe Time of Empires angekündigt, ein Zivilisationsspiel. Die Besonderheit hier liegt in der Echtzeit. Wir haben 30 Sekunden Sanduhren, über die wir das Spiel steuern. Und das heißt, wir müssen da sehr reaktionsschnell sein, um eben halt unsere Entscheidung voranzubringen. Ich vermute mal, das Ganze wird dann hinter Basmodee erscheinen. Und noch ein neues Zivilisationsspiel ist angekündigt, diesmal von Sandcastle Games, nämlich First Empires, wo wir hier in verschiedenste Rollen von Herrschern schlüpfen, um unser Reich dann weltweit auszudehnen und stark zu machen. Lacrimosa ist von Devier für Essen 2022, also für die kommende Spiel, angekündigt. Hier geht es um die Fertigstellung der unvollendeten Symphonie von Mozart. Das Ganze ist so ein bisschen schwarz angehaucht, das Cover. Aber Devier ist ja spätestens seit Red Cathedral und Bitoko definitiv im Fokus von vielen von euch, von mir auf jeden Fall. Und da gucke ich doch gern mal hin. Und last but not least, Distant Sun ist ein neues Yellow Pen & Paper Spiel. Auch hier werden wir dann, ich hatte gehofft, zu Nürnberg mehr erfahren. Das wird dann wahrscheinlich erst dann zum späteren Zeitpunkt kommen. Ich halte euch dabei auf dem Laufenden. Ja, das waren die News, das war der Ticker am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch gern ein Abo und einen Daumen hoch für das Video. Und wir hören uns ja spätestens am Dienstag zur Kolumne. Und nächste Woche geht es dann mit der Charity-Auktion ja am Samstag los. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Christoph. Tschüss. Tschüss.